Challenge Accomplished Okay, Spaß beiseite, ich bin Donif204 und ihr habt die Challenge bestanden, yay! Was ihr tun solltet war, RPG-Community auf Twitch zu folgen einem befreundeten, mehr oder weniger befreundeten Twitch-Kanal und ihr solltet auf 50 Follower kommen bzw. der Twitch-Kanal sollte auf 50 Follower kommen, ihr habt sogar 53 Follower geschafft, yay! 3 Follower mehr von 39 auf 53 14 neue Follower Glückwunsch! Und dafür bekommt ihr natürlich auch eure Belohnung, ich habe mich dann sofort herangesetzt, gestern am Sonntag sogar schon während des Streams und mein neues Tutorial halbwegs vorbereitet ich werde dann heute noch ein bisschen was machen dazu und morgen dann den ersten Part dazu hochladen und übermorgen dann das Haupt-Tutorial, also der erste Part ist eher nur so Vorbereitung das ist so ein Ding, das muss man quasi vorher machen und ist nicht direkt Part des Tutorials, aber spielt an der Stelle keine Rolle, was wir machen ist ein bisschen Javascript! Yay! Endlich kommen meine Javascript-Tutorials Langsam geht's los aber es muss ja, es muss, es muss eigentlich hatte ich sie für letztes Jahr versprochen aber dann kamen die ganzen Überstunden dazwischen hmm, ärgerlich kann man nichts machen sei es drum war von mir nicht so geplant von euch natürlich auch nicht Egal, verschiebt sich das ganze mal um drei Monate vier Monate, egal es ist wie es ist und wir müssen damit jetzt klarkommen so was habe ich gemacht, was kommt auf euch zu für Tutorial ganz einfach, ich habe hier was vorbereitet im RPG Maker Set ganz einfach, das werden wir dann zusammen selber basteln das Plugin ich habe es jetzt einfach Game Timer genannt ähm, spielt aber jetzt für uns in dem Fall keine Rolle wie ich das ganze nenne wichtig ist upsala, ich muss mal kurz den Ton ausschalten hopp ähm, wichtig ist so, viel besser was es bewirkt ganz einfach, es hält den Timer automatisch an wenn eine Textbox aufgeht und setzt den Timer dann fort und macht das selber auch in Kämpfen ihr kennt das ganze da ist irgendein Timer ähm, der runterläuft und vielleicht wollt ihr aber trotzdem noch eine Story Sequenz einbauen mit Dialogen etc. und dann ist es natürlich echt ärgerlich wenn der Spieler sich unter Druck gesetzt fühlt vielleicht hat er wirklich genug Zeit aber er weiß es nicht und fühlt sich unter Druck gesetzt und hetzt durch eure Story Sequenz durchdrückt vielleicht die Textboxen einfach nur weg weil die Zeit läuft und liest das nicht richtig und das wäre echt ärgerlich und darum habe ich das Plugin geschrieben wenn ich jetzt hier den Typen anspreche Text ähm, dann hält der Timer an wird ausgegraut damit der Spieler auch weiß okay gut der ist läuft nicht mehr also dass er auch ein visuelles ähm also visuell bemerkt okay gut da scheint irgendwas passiert zu sein so kann man natürlich auch ändern dann vielleicht nicht ausgrauen sondern irgendeine andere Farbe oder komplett ausblenden oder ein bisschen transparent machen oder so geht alles mögliche das werden wir dann im Tutorial machen gemeinsam so bla 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 und dann geht es auch wieder ganz normal weiter und dasselbe auch für Kämpfe weil wir wollen ja auch nicht durch Kämpfe hetzen dann kann ich hier den Kampf starten zack und schon alles ausgegraut und wenn ich gewonnen habe falls ich das tue was ich natürlich jetzt groß hoffe aber es dürfte eigentlich nicht schief gehen ähm, ne, dürfte nicht schief gehen ich merke schon ähm dann läuft der Timer auch ganz normal wieder weiter das werden wir gemeinsam basteln aber ihr könnt auch einfach das Plugin runterladen dann im entsprechenden Tutorial Video und dann einfach bei euch einbauen falls ihr nicht unbedingt JavaScript lernen wollt oder was damit zu tun haben wollt aber ihr könnt natürlich auch mit mir gemeinsam euer erstes Plugin schreiben ist nichts Kompliziertes und wir sind ja auch noch Anfänger ähm, mehr oder weniger manche von uns und da wäre das schon ganz cool wenn wir zusammen ein Plugin schreiben so, ich hoffe ihr seid glücklich dass ihr die Challenge bestanden habt euer Tutorial diese Woche bekommt und ich mich anstrenge dass es auch diese Woche was wird und schon gestern angefangen habt damit ich versuche mein Versprechen zu halten natürlich mache ich das auch ähm, ihr habt die Challenge gemacht und ich fand es auch cool, dass ihr das gemacht habt wirklich, ohne Witz, super geil das Ganze läuft übrigens auch im MV also, falls ihr den MZ nicht habt läuft exakt das gleiche Plugin auch einfach so da ist es nur rechts angezeigt und nicht in der Mitte aber das ist egal ähm, läuft das Ganze auch hier ganz normal im MV und auch in Kämpfen also alles genauso wie beim MZ exakt dasselbe Plugin einfach nur kopiert funktioniert exakt dasselbe kein einzige Code-Zeile ist anders funktioniert super also, falls ihr den MV benutzt funktioniert genauso ok, dann würde ich sagen danke auf jeden Fall fürs Teilnehmen an der Challenge und es lief wirklich sehr gut also ich bin wirklich begeistert und ich werde in Zukunft mal vielleicht ein paar mehr solcher Challenges machen ich persönlich habe da jetzt keinen Vorteil dadurch nicht, dass ihr jetzt denkt oh, ich bekomme da jetzt irgendwas von RPG Community oder so nein, ähm ich mache das ganz uneigennützig ja, schwer vorzustellen ich weiß, ich weiß aber es ist tatsächlich so stellt euch das mal vor verrückt ihr könnt trotzdem noch ähm, RPG Community followen Link wird hier in der Videobeschreibung sein macht das einfach wäre cool lohnt sich auf jeden Fall und ihr könnt auch mal hier in den Stream reingucken in den hier ähm falls ihr Interesse habt oder hier oben ist es ja auch eingeblendet und dann könnt ihr da mal durchzappen vielleicht gefällt euch der Content ja gut Tschüsseli bis zum nächsten Mal also bis morgen morgen kommt dann schon der erste Part des Tutorials Schrägstrich ähm Vorbereitung und übermorgen dann das Tutorial am Mittwoch gut bis Mittwoch Tschüss oder bis morgen je nachdem sorry ähm Tschüss tilde süß FT die